So, es ist 5 vor 5 und ich bin auf dem Weg zum Volker Bahnhof, weil vorletzte Eben Fiend hier noch mal zum Hacker. Ja, die alte Sache mit dem Schloss, das Rabenschloss, hat ja gegen die Speichen gehauen. Und hier haben wir jetzt eine weitere Speiche, die in Folge dessen gebrochen ist. Das ist jetzt Nummer 3, glaube ich. . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.